Servus, grüß euch, ich bin's, der Toni von der Jodelschule. Freut mich, dass ihr hier zur Jodel-Masterclass reinschaut. Da bist du genau richtig, wenn du das Jodeln von Grund auf lernen willst. Wenn du dir denkst, wozu brauche ich Jodeln, dann kurz zwei Punkte dazu. Erstens, wer jodelt, der jubelt. Das ist unser Motto. Es ist wie beim Singen in der Dusche oder in der Badewanne. Ohne Gedanken und komplett frei singen, stärkt die Seele und den Geist. Das ist immer ein befreiendes und entspannendes Gefühl. Zweitens, Jodeln ist ein richtiger Spaß und der absolute Party-Hit und angesagt beim anderen Geschlecht. Wenn du das nächste Mal auf einer Party plötzlich jodeln kannst, dann bist du natürlich ganz vorne dabei. Außerdem ein lustiges Abendprogramm mit der Familie, statt langweiligem Netflix-Schauen zum Beispiel. Was beinhaltet die Jodel-Masterclass? Wir haben einen kostenlosen Trail für euch vorbereitet, wo ihr die ersten Tricks und Tipps bereits gratis kennenlernt. Völlig unverbindlich und ihr könnt bereits erste Jodel-Erfolge schaffen. Danach gibt es viele verschiedene bekannte Jodler in eigenen Versionen, zum Lernen und zum Mitjodeln. Also klick jetzt ganz unten auf kostenlos probieren und probiere es einfach aus. Danach kannst du immer noch entscheiden, ob du unsere günstigen Jodel-Pakete ausprobieren möchtest. Also, los geht's. Ich freue mich, wenn wir uns in der Jodel-Masterclass sehen. Gruß, euer Toni.